hier ist wieder mal wieder und heute ist nur noch anderthalb jahren meiner schnappsidee damals die tode energie strecke zu fuß zu laufen 44, irgendwas kilometer heute sind der tag gekommen an dem eine fortsetzung dieser schnappsidee von damals stattfinden soll nämlich dass ich jedes jahr immer so lange laufe so weit laufe wie ich alt bin und bin 45 in diesem jahr geworden und es ist zeit meine eigene vorname und tat umzusetzen ich drehe mich mal so ein bisschen langsamer um eine wunderschöne runde habe ich mir jetzt hier direkt vor den toren göttingens zurechtgelegt 5,3 kilometer ist sie lang hier im hintergrund da seht ihr meine station zur verpflegung jetzt habe ich dabei die uhr ist frisch aufgeladen und ich hoffe ich bin hinreichend gut auch in den beinen mental sowieso auch aufgeladen um diese 45 kilometer das acht runden hier entspricht plus nochmal gute zweieinhalb kilometer dran dass das am ende auch zu schaffen ist ja genug der vorrede jetzt geht es wirklich los brille auf und wir starten jetzt die ersten zehn kilometer sind im kasten ist natürlich noch weniger als ein viertel bisher läuft es gut so mit einer ordentlichen pace ja der pulst ist auch in einer guten range so um die 135 rum mal gucken wie es sich entwickelt gleich zwei runden geschafft nur noch sechseinhalb auch die halbmarathon distanz ist schon mal geschafft vier runden sind gelaufen und naja schon vorgeschmack auf das was jetzt eigentlich erst anfängt schauen wir mal wie es bei kilometer 35 ist mir geht es gerade nicht so richtig gut 35 kilometer sind wir schon geschafft und man möchte sagen nur noch zehn kilometer aber es sind halt auch noch zehn immer noch zehn kilometer ja das ist ganz hart alleine ja jetzt gibt es noch für jedes lebensjahr einen kilometer ich bin im 43.45 geht es Gott sei dank bin ich noch so jung ich will nur noch jogging statt draußen so ich sage nicht viel außer ich bin geschafft es war sehr 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 mühsam zum schluss ich bin am ende in doppelter hinsicht ciao ja ich weiß nicht die 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 Bis zum nächsten Mal.